Wie heißt ein humorloser Pole? Nowitzki. Wer ist der dreckigste Fußballer? Messi. Was lebt im Meer und motzt Autos auf? Ein Tunefisch. Warum bauen Gärtner so viele Unfälle? Weil die so viel rasen. Wie verführt man einen Drucker? Mit Ausdruckstanz. Wie nennt man einen Leprakranken im Krieg? Splittergranate. Habe mich im Chemieunterricht gemeldet. Keine Reaktion. Welche Vögel können Zeichensprache? Die Tauben. Wie nennt man Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel. Was ist schwarz-gelb und dreht sich schnell im Kreis? Turbine Maya. Von wann bis wann arbeitet der Glöckner von Notre-Dame? Von Montag bis Donnerstag, also quasi Modo. Ich hab meinem Freund gerade einen Limonadenwitz erzählt. Fand er lustig. Was ist rot und steht an der Straße? Eine Hagenutte. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Egal wie viele CDs du hast, Carl Benz hatte mehr CDs. Was ist schwarz-weiß gestreift und rennt durch den Wald? Eine Knastanie. Ach Papa, ich hab dich so lieb. Ohne Gentest bin ich immer noch Dieter für dich.